Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Flo und im heutigen Video würde ich dir gerne einen Überblick über die anstehenden Sneaker-Releases geben, die im Juni jetzt anstehen. Pünktlich zum Monatsbeginn dachte ich mir, ist doch die perfekte Gelegenheit wieder ein Update zu geben, welche Sneaker anstehen. Und die möchte ich dir jetzt einfach im Folgenden vorstellen. Es sind einige Sneaker dabei, die sehr viel Geld bringen und einige Sneaker, die auch sehr cool aussehen und die nicht allzu teuer sind im Resale, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Der erste Schuh steht auch am Donnerstag schon an, also am 3. Juni. Das ist der Jordan 1 Cord Purple im Frauen-Colorway, also als Frauen-Variante, sagen wir es so. Also es kommt nur ein Women's Size Run raus. Das bedeutet, es geht glaube ich nur bis 44,5, soweit ich weiß. Der Schuh ist komplett weiß, die Sohle, der Swoosh und dieses hintere Heel-Teil ist in lila, als auch das Tag auf der Zunge ist auch in weiß-lila. Gefällt mir wirklich sehr gut. Der erinnert halt an diese ganz alten Klassiker 1er Jordans. Für mich aber nicht so gut wie die anderen Cord Purple, also wie den 1.0 und den 2.0. Aber auf jeden Fall ein sehr cooler und cleaner Colorway. Ich denke auch, dass der durch die Decke gehen wird. Retail wird 160 Euro sein. Der wird bei verschiedenen Stores rauskommen, aber auch auf der Nike Sneakers App. Kurzes Update, auch hier gerade der letzte Monat lief mager. Insofern hoffe ich, dass dieser Monat vielleicht wieder besser läuft. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen gerade weiter mit dem nächsten Schuh. Ja, der nächste Schuh, der wird auf jeden Fall auch Soulout geben. Den habe ich jetzt einfach mit reingenommen, weil da A eben Soulout geht und B vielleicht doch der eine oder andere Golf-Freund hier zuschaut. Es kommt ein 4er raus, also mit der Metallic Green, mit den grünen, also mit diesem Cage oder mit dieser Schnürsenkelbefestigung im Metallic Grün Colorway. Da gibt es ja verschiedenste Colorways, die kamen jetzt als Nicht-Golf-Variante raus. Jetzt kommt eben ein 4er als Golf-Variante raus. Ich glaube, der ein oder andere Profi-Golfer trägt auch die 4er. Die haben halt als großen Unterschied einfach, dass sie so unten wie so eine Art Spikes unter der Sohle haben im Vergleich zum normalen. Also, falls noch Drip auf dem Golfplatz benötigt wird, kann man hier natürlich zuschlagen. Wird auf jeden Fall Soulout gehen und wollen einfach mal mit reinnehmen. Ja, der nächste Schuh steht auch am Freitag an. Das ist der University Blue. Der sieht nahezu identisch aus zu dem Coast Colorway. Nur mit dem Unterschied, dass hier dieses Tag oben nicht diesen gelben, glaube ich, gelben Touch hat. Hier ist der komplett im University-Look. Gefällt mir noch einen Tick besser. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Nachfrage wird auf jeden Fall groß sein und die werden auch wahrscheinlich Richtung Sommer steigen, Schuhe, weil der Colorway halt sehr beliebt ist und generell irgendwie diesen Sommer extrem viele hellblaue Schuhe rauskommen. Also, der Trend ist meiner Meinung nach oder wird wieder aufgegriffen, sagen wir es so. Wird 100 Euro kosten, wird auch bei verschiedenen Stores rauskommen, eigentlich bei den klassischen. Freitag 9 Uhr und auf der Sneakers-App halt. Viel Erfolg natürlich und denke, wird auch so im Reset so um die 250 gehen, denke ich. Money-Sizes und Base-Sizes würde ich hier vorschlagen, also US 6,5 bis US 8, um den maximalen Profit rauszunehmen. Und ansonsten würde ich gerade sagen, wir machen weiter mit dem Nächsten. Ich hau die so ein bisschen durch, weil das sind wirklich einige dieses Mal. Ja, der Nächste ist der Nike Dankai in der Kollaboration mit Fragment. Der Colorway nennt sich Beijing, also Peking müsste das sein. Wenn mich korrigiert, mich gerne in den Kommentaren. Wird 130 Euro Retail kosten, wird auch auf der Sneakers-App kommen. Ich schätze mal am Samstag, also am 5. Juni um 9 Uhr. Hat so einen lila Colorway, der ist, denke ich, auch sehr begehrt. Ich finde, man hätte da irgendwie cool, also der ist sehr zurückhaltend, denke ich. Aber man hätte ihn trotzdem irgendwie cooler machen können. Vor allem jetzt in der Kollaboration mit Fragment, die halt immer extrem beliebt ist. Und die Reset-Preise bei den 1er-Fragment-Schuhen sind ja geisteskrank. Insofern, ich denke auch hier, dass hier Profit drin sein wird. Zwar nicht so viel wie bei den 1er, aber auf jeden Fall auch einiges. Das Colorway sagt mir jetzt nicht zu 100% zu, aber wir versuchen es trotzdem auf der Sneakers-App, würde ich gerade sagen, ab zum nächsten. Ja, der nächste gefällt mir wiederum sehr gut. Deutlich besser als der in Fragment-Dunk High. Das ist der Dunk Low in einem Classic Green Colorway. Der wird 100 Euro Liste kosten. Ich denke im Reset auch 250, sowas, und den Trägen. Der kommt mit einer grünen Sohle. Ja, ansonsten einen klassischen Nike Dunk SP-Look in den OG Colorways. Hat hinten eben grün und schwarzen Swoosh. Gefällt mir besser als den Chord Purple Dunk Low. Ja, wird auf jeden Fall soldat gehen. Auf jeden Fall mitmachen. Die Dunk-Chancen auf der Sneakers-App sind zwar grauenhaft, aber versuchen kann man es ja. Insofern ab zum nächsten. Ja, der nächste wird auch aus Verkauf gehen. Ich denke aber nicht, dass der was zum Reset bringen wird. Der Yeezy 700 Bright Cyan Cyan ist halt dieser 700er mit dem komplett blauen Look. Die anderen 700er, also in diesem MVN-Moven, ich weiß es nicht, für was das MNVN steht. Die gehen aber meines Wissensstandes nicht für allzu viel Kohle. Deswegen, der wird auf jeden Fall soldat gehen. Wenn ihr den wollt, kauft ihn euch. Aber der wird nicht viel im Reset bringen. Ist zwar nichts Neues, beziehungsweise ist jetzt nicht besonders, dass der nichts bringt. Aber ich wollte es dennoch einfach mal erwähnen. Der wird genauso wie auch der nächste Schuh, der Yeezy Boost 700 Enflame Amber, auf der Confirmed-App kommen. Die könnt ihr euch einfach im Play Store oder im App Store runterladen und da einfach dran teilnehmen. Der Enflame Colorway, denke ich, wird auch in den Base-Sizes vielleicht was bringen. Im Vergleich zu dem Bright Blue sind die ja auch doch irgendwo ähnlich und der Bright Blue bringt auch etwas. Der Enflame Amber, der halt diesen Monat jetzt rauskommt, der hat ja mehr so einen beigen Wüsten-Look, wenn man das so sagen kann. Kostet 240 Euro, ist nicht mein Schuh. Sagt mir nicht zu. Geht aber soldat gehen und soviel zu dem Schuh. Der nächste Schuh gefällt mir wiederum deutlich besser, vor allem für Frauen ist der super, finde ich. Das ist der Naki Dankai Women's Crimson Tint. Da gab es auch den Low, der hieß damals Peach. Der ist halt jetzt quasi die High-Variante, ist ein klassischer Dankai im rosa, einen Look. 110 Euro. Hier würde ich auf die Frauengrößen gehen. Der wird auch auf jeden Fall soldat gehen, das ist klar, das ist nichts Neues. Versucht ihn auf jeden Fall zu bekommen. Da ist, denke ich, mindestens 200 Euro rauszuholen. Also Verkaufspreis. Als nächsten Schuh haben wir den Naki Dankai Kentucky. Ähnlich wie der Dank Low Kentucky gibt es den jetzt halt auch als High-Variante, also als Dank High. Der wird auf jeden Fall soldat gehen. Der wird aber nicht so viel im Reset bringen wie der Dank Low, weil die Highs kommen jetzt irgendwie in jedem Colorway in deutlich größerer Stückzahl raus wie damals. Die Lows, also diese OG Colorways, also ich sage mal der Syracuse oder der Kentucky. Hier wird es eben das gleiche Spiel sein wie beim Syracuse. Der Syracuse ist quasi der gleiche, nur in Orange statt Blau. Der ist vor, ich glaube, zwei Monaten rausgekommen oder einem Monat vielleicht. Aber ich denke auch hier könnte ein guter Hold sein. Der nächste Schuh ist der Light Fusion Red. Das ist ein Air John 1 High. Könnte ein guter Hold sein. Der wird auf jeden Fall soldat gehen. Ich sage bei jedem Schuh, der wird soldat gehen, aber ich spreche eigentlich hier nur Schuhe an, die auch garantiert soldat gehen, wenn nicht, sage ich es auch eigentlich dazu. 12. Juni, 9 Uhr Sneakers App und alle anderen klassischen Stores auch. Also da gibt es wahrscheinlich Raffles, aber auf der Sneakers App ist es Samstag, den 12. Juni um 9 Uhr halt. Am gleichen Tag kommt auch vermutlich der Nike Dunk Low Animal Black raus. Der gefällt mir sehr gut. Das ist so ein schlichter Dunk Low, schwarz und es hat so ein, wie aus dem Animal Pack bei letzter Woche kam, der Giraffe, Giraffe hieß der, glaube ich, raus. Jetzt kommt der halt quasi in schwarz raus. Gefällt mir nicht so gut wie der Giraffen Colorway. Der heißt nicht Giraffen, aber ihr wisst welchen Schuh ich meine. Wird auch, denke ich, um die 200 Euro geben und würde sagen, wir gehen gerade weiter zum nächsten Schuh. Der nächste Schuh ist dann doch etwas spezieller. Ja, das ist der Nike Dunk Low White 399. Der kommt am Dienstag, dem 15. Juni raus. Ja, ist ein sehr bunter Dunk. Auch hier ein guter Sommerschuh, denke ich, aber auch nicht für jedermann oder für jede, jeder, wie auch immer. Ähnlich wie auch der Nike Dunk Low Women's Sunset Pulse. 100 Euro wird der kosten. Der kommt am 15. raus. Der ist super extravagant. Der erinnert so ein bisschen so an Candy Crush. An so Süßigkeiten, finde ich. Also die Farben sind schon sehr speziell. Ein sehr extrovertierter Schuh. Und wird aber auch auf jeden Fall so gut gehen, wie jeder Nike Dunk eigentlich. Der nächste Schuh ist der Yeezy Boost 350 V2 Mono Mist. Der wird auch im Ausverkauf gehen. Nee, das muss man jetzt richtig abgewöhnen. Der wird 220 Euro kosten. Ich glaube, hier ist in den Base Sizes was drin. Bei allen anderen Sizes denke ich nicht allzu viel. Also so wie die letzten Yeezy Releases abgelaufen sind, denke ich nicht, dass da viel zu holen ist. Aber Ausverkauf wird der gehen. Ein schlichter Colorway mal überraschenderweise. Anschließend kommt auch der Yeezy 500 Top Light. Der erinnert ein bisschen an den Bone Colorway. Der kommt am 18. Juni raus. Wir 200 im Retail kosten. Wird hier die Base Sizes euch vorschlagen. Und gefällt mir eigentlich gut. Also die 500er sind ja alle im Preis gestiegen. Ich denke auch, bei dem könnte es sich lohnen. Vielleicht ist es auch der gleiche wie der Bone Colorway. Da gibt es ja auch mittlerweile so viele. Das ist auch vollkommen egal, denke ich. Der wird auf jeden Fall was bringen. Also konzentriert euch hier auf die Base Sizes. Und wie vor zwei Monaten angekündigt, kommt auch diesen Monat wieder ein Restock der Yeezy Slides raus. In allen Colorways. Wird wieder 60 Euro kosten. Die werden eben alle zwei Monate gerestockt. Auf der Adidas Confirmed App mit L-Garantie. Wird um 8. wahrscheinlich wieder ausgelost sein. Der kommt am 21. Juni raus. Und würde einfach vorschlagen, ihr tragt euch für alle wieder ein. Und vielleicht hat man ja mal Glück. Aber bei mir lässt das Confirmed Glück nach. Und zuletzt ist der am 25. Juni der Dark Slate aufgelistet. Das ist ein Yeezy 450, den Cloud White. Also den ersten 450er habe ich ja bekommen können. Vielleicht klappt es ja auch dieses Mal. Wer weiß. Der Colorway ist meiner Meinung nach nicht so stark wie der Cloud White. Hier geht, weil der Kontrast von diesem, ja von dieser, wie auch immer, von dieser Form von dort unten sich nicht so gut von dem Upper abhebt. Aber auch hier, ich denke, der wird locker 300 bringen. 350 sogar vielleicht. Aber nicht so viel wie der Cloud White, denke ich mal. Und das wäre auch der letzte Schuh. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like und ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut.